Ja, das ist die Brustpresse oder eben das Bankdrücken mit Kurzhanteln. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Gerade wenn man alleine trainiert, ist es natürlich sicherer mit einer Kurzhantel. Die kann man abwerfen, wenn es dann am Schluss zu schwer wird. Und bei den Langhanteln ist es eben immer besser, wenn man da einen zweiten Kollegen hat, der mit unterstützt. Hier leicht angeschrägt, das heißt es geht auf den oberen Part der Brustmuskulatur hin. Und ihr seht wirklich, dass ich eine komplette Ausführung mache. Also der Arm geht ganz nach hinten und nach vorne. Ich sehe viele, die hier schon arretieren und nach oben gehen oder noch weniger und dann natürlich ein Gewicht drauf haben. Aber eben, das ist nicht die ganze Geschichte von dem Spiel. Ihr müsst wirklich bis ganz nach hinten ziehen und dann nach vorne drücken. Und dann spürt ihr es wirklich an der Seite hier in dem Bereich. Wie beim Butterfly, da habt ihr auch diese Bewegung. Super Übung, kann ich nur empfehlen, gerade zum Starten.